Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier ist Explosiv des Magazin. Guten Abend, mein Name ist Barbara Elichmann. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen beim Magazin. Mein Name ist Barbara Elichmann. Willkommen bei Explosiv. Herzlich willkommen zur Wochenendausgabe des Magazins und gleich zum Thema... Guten Abend und willkommen zum Magazin. Ein Busfahrer nötigt Schüler, die Masken abzunehmen. Und jetzt spricht er auch noch ganz offen auf einer Anti-Corona-Demo. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Explosiv. In nur wenigen Minuten alte Klamotten verkaufen, ohne viel Aufwand, vom Sofa aus und sich so ganz locker die Kohle für ein neues Paar Schuhe verdienen. Wie das genau funktioniert, zeigen wir gleich und haben das hier. Hier ist Sets CLR. Ihr könnt auch auf einer kleinen Zeit aufhören. Ich freue mich, dass wir in der Zeit darauf, dass wir in der Zeit damit auch nicht mehr als wäre. Ich freue mich, dass wir uns schon mal mit Explosiv. Und dann scht's auch hier einfach, oder unter der Zeit aufhören und mit Explosiv. Ich freue mich, dass wir es nicht so schnell und mit Explosiv zu machen. Ich freue mich, dass wir es mit der Zeit so ganz gut sind. Dann nicht gut Caiuhen.